mann Leute, äh, bald, oder hallo, ähm, ich spiel diesmal nicht mit Gabri, sondern mit einem anderen Freund, ähm, sein, er hat auch einen YouTube-Kanal wie Gabri, aber, ja, es steht in der Videobeschreibung, tut mir leid, wenn du jetzt das Video guckst, gell, derjenige, und, ja, es ist ein bisschen Spätdruck gekommen, aber, naja, Tschüssi. Soll man mal in die Kamera reinnehmen, ähm, und dann, ey, dann hat man, ähm, eigentlich so viel, um die Böcke zu sein. Warte, ich muss mich kurz mal ausraufeln. Ja. Müsst du dich auch, oder? Ich hab schon die neue Wacht. Ja. Ja, cool. Boah, hier riecht so. Ah, wir sind nicht zu weit, wir sind nicht da. Wir haben noch ein bisschen, dass wir hier sind. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Mein Aufnahmeparton muss gut sagen. Wie auf die Seite auch sein. Weil ich mich jetzt einfach abgehauen habe. Ach, das ist cool. Also, ich weiß nicht. Bei Filmen. Ja. Ja. Da, wo. Ja. Du. Ja. Du. Du. Ja. Da unten ist überhaupt keiner gewandt, ne, das gerade? Ich hab jetzt noch mal den Feuerwehrturm, aber ob ich da noch den ein oder anderen finde der... Feuerwehrturm? Ähm, ja, den Dings, den, ähm, Wachtturm da, diesen... diesen Jagdturm. Magst du spielen wir auf PC-Sachen oder auf PS4-Sachen? Komm, ich zeichne das ganz genau, da kann ich nicht, ne? Ey, dann gucken wir einfach später nach, ja. Ja, ich hab diese coolen Feuerwehrschen, die sind neu, gell? Wie gut? Ja, keine Ahnung, ich hab ein bisschen... Sag ich, wann machst du denn hier? Ähm, wieso mach ich jetzt seit... wann war das eigentlich? Also, wenn ich jetzt nicht falsch stelle, dann stelle ich jetzt seit... 3 Monaten. 3 Monaten? 3 Monaten. Ähm, ich hab nur leider, wo meine Videos immer gut, ähm, die Feuerwehrschen machen, wenn ich keine Brüder immer wieder so nicht, ähm, die Feuerwehrschen machen. Kann ich gucken, wo ich jetzt mal ziehe? Guck mal, ich hab wieder ein Koppelwitz. Gut, ähm, ich hab nämlich Snipern. Ich hab leider nur noch keine Koppelwitz. Also, sonst hab ich... Guck! 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 Das ist ja von dieser Karte Robin, dorthinten ist der Panzer, ne? Wo? Hier drinnen? Nein, nicht da. In diesem Haus dort drinnen. In diesem, äh, Hochhaus da. Wacht noch. Außerdem ist der Panzer. Also ist hier auf jeden Fall ein zweites Flugzeug. Jo. Ähm, ich leg jetzt mal diese komischen Flaschenraketen weg. Weil ich noch einen DuckDuck dabei hab. Hast du so vielleicht, ähm, Snap-on-Moon? Ähm, Snap-on-Moon, ja. Warte kurz. Ähm, ja. Komm. Ich hab noch ein zweites Flugzeug. Ah, auf der links. Von hinten. Genau. Ah, der Luftdruck. Ah, der Luftdruck. Ah, der Luftdruck. Ich hab ihnen einen 105er-Hit gegeben. Hab ihnen einen 105er-Hit gegeben. Oh, verdammt. Okay, von hinten. Ja, ich hab's gemerkt. Kann ich den Stern bauen? Von oben kommen die. Die wollen pushen. 105er-Hit. Die pushen. Die pushen. Er ist da. Alter. Mach's gut. Hast du ihn? Treppe schief. Oh, den mach's gut, den mach's gut. Nein, Stefan. Hang die, Geil... ...wär nicht der hier nicht der Ball. Der ist ja bei dir da drin, ja. Alter, selbst wenn ebenчно die Luftン fog же spotsen. Der ist ja so wichtige behavi encont worden. Geil doch jetzt. réalist. Ach's.